Dann machen wir die französische Eisenbahnmetrik. Okay. Ich nehme noch einen Schluck. Ich habe hier überall getröppelt. Und ich habe jetzt hier nichts zum Wegwischen. Mist. Scheiße. Ach, egal. So. Okay. Schauen wir uns mal die französische Eisenbahnmetrik an. Bevor wir das machen. Erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Metrik? Das ist ein komisches Wort. Hat ja irgendwas, keine Ahnung, Meter, kommt da vielleicht mit drin vor. Messen vielleicht. Weiß jemand, was eine Metrik ist? Weiß das jemand? Metrik ist ein Abstandsmaß. Genau, Phil. Der Kaffee-Liebhaber. Eine Metrik müsste eine Funktion sein, die drei Eigenschaften erfüllt. Oder? Ja, genau. Zuweisen von realen Zahlen zu zwei Punkten, Martin. Genau. Abbildung kommt. Reellen, genau. Nicht realen Zahlen. Richtig, richtig, richtig. Also es geht alles in die richtige Richtung. Eine Metrik ist, also wozu braucht man das? Eine Metrik, man will Abstände messen. Und in unserer normalen geometrischen Welt, in der euklidischen Geometrie, wenn ich da zwei Punkte habe, machen wir hier so einen Punkt hin. Und da einen Punkt. Ich mache das mal da unten hin. Den Platz da oben brauche ich. Also, ich habe hier unten einen Punkt A und da einen Punkt B. Was ist der Abstand zwischen den beiden Punkten in der euklidischen Geometrie? Da gibt es ja auch ein Abstandsmaß, eine Metrik. Ja, da kommt Vektor als Begriff. Du möchtest wahrscheinlich die Punkte miteinander verbinden durch einen Vektor. Satz des Pythagoras, genau. Könnte, geht in eine ähnliche Richtung vielleicht. Wenn man ein Koordinatensystem hineinlegt, braucht man den Satz des Pythagoras dann, wenn man die Koordinaten verwendet, um das auszurechnen. Genau, Phil hat das sozusagen schon als Abstandsberechnungsformel hier in den Chat hineingeschrieben. Zipthut, die Länge der Verbindungsstrecke. Genau. Ich verbinde die beiden Punkte A und B mit einer Strecke. Und die Länge dieser Strecke ist der Abstand von A und B in der euklidischen Geometrie. So, das ist ein Abstandsmaß. Und es gibt auch andere Abstandsmaße. Aber in der euklidischen Geometrie ist das das Abstandsmaß. Die Länge der Abstandsweiherpunkte ist die Länge der Verbindungsstrecke. Okay, sehr gut. Das ist eine Metrik. Und was macht die Metrik? Das hat vorhin schon mal jemand im Chat geschrieben. Das ist eine Funktion, die zwei Punkten im Raum, zwei Punkten im Raum, zuordnet eine reelle Zahl. Und streng genommen, wenn man jetzt in der Mathematik, will man ja immer abstrahieren, muss es sich nicht mal um eine Geometrie handeln mit Punkten. Es können irgendwelche mathematischen Objekte sein. Und man gibt zwei Objekte in diese Funktion hinein und es kommt eine reelle Zahl raus. Ja, das kann man sich auch als so Maschinchen vorstellen. Hier, das ist meine Abstandsfunktion. So, da oben habe ich zwei Eingabegrößen und da kommt ein Output raus. Hier stecke ich ein Element aus M rein, da stecke ich ein Element aus M rein und unten kommt eine reelle Zahl raus. Also hier kommt irgendwie ein X aus M rein und ein Y aus M rein und unten kommt ein Z aus den reellen Zahlen raus. Ja, beziehungsweise man könnte es jetzt auch noch unten hinschreiben. Da unten kommt natürlich dann D von X und Y aus den reellen Zahlen aus der Maschine raus. Es muss erfüllt sein, dass bei gleichen Eingaben immer die gleiche Ausgabe rauskommt. Genau das ist so bei Funktionen, immer bei Funktionen. D ist eine Funktion und wenn ich in eine Funktion etwas reinstecke, ist das Ergebnis determiniert durch die Funktion. Da können keine verschiedenen Sachen rauskommen. Was passiert, wenn A und B der gleiche Punkt ist? Also kann man das berechnen? Ach so, super, ganz toll. Frohnatur, das verweist schon auf das erste Axiom. Es ist nämlich nicht jede Funktion, der man zwei Punkte gibt und es kommt eine reelle Zahl raus, eine Metrik. Die muss ein paar Eigenschaften haben. Und in der Mathematik formuliert man solche Eigenschaften mit Axiomen. Und ein Axiom ist das folgende, Axiom 1 muss eine Metrik eine skalare Größe rausgeben. Es muss eine reelle Zahl rauskommen, sonst ist es keine Metrik. Es muss eine reelle Zahl rauskommen. Die erste Eigenschaft besagt, die reelle Zahl, die rauskommt, muss größer gleich 0 sein. Sonst ist es kein Abstand. Man würde nicht sagen, die beiden Punkte haben den Abstand minus 2 oder so oder minus 1,5 oder irgendwas in dieser Art, sondern Abstände sind immer positiv. Das heißt, positive Definitheit heißt diese Eigenschaft. Positive Definitheit, das heißt, d von x und y. Also diese Eigenschaften gelten immer für alle x, y. Habe ich jetzt nicht hingeschrieben. d von x, y ist größer gleich 0. Ja, Martin, es muss positiv sein. Für eine Metrik müssen die Werte positiv sein, die rauskommen. Sonst ist es keine Metrik. Oder man definiert Metrik anders. Okay, kann man natürlich machen. Also wir definieren Metrike so, Abstandsmaß muss positiv sein. Und was Fronatur vorhin gesagt hat, was passiert denn, wenn a gleich b ist oder wenn die beiden Punkte identisch sind? Was passiert denn dann? Entschuldigung, Ziptut, nicht negativ. Ich habe positiv gesagt. Ich meine natürlich nicht negativ. Also genau, geht jetzt genau auf das, was ich eigentlich worauf hinaus will. Genau. Der Wert, der rauskommt, muss nicht negativ sein. Und Phil Conner sagt, für a gleich b muss d gleich 0 sein. Genau. Wenn a gleich b ist, dann ist der Abstand 0. Und aber auch andersrum, wenn der Abstand von zwei Punkten 0 ist, dann müssen die beiden Punkte identisch sein. Also der Wert ist immer nicht negativ. Und der Wert ist von, also d von x, y ist genau dann 0. Genau dann 0, wenn x gleich y ist. Das Zeichen hier bedeutet genau dann, wenn, wer es noch nicht kennt. Der Abstand d x, y ist gleich 0. Genau dann, wenn x gleich y ist. Genau, Phil Conner. Genau so. Hey, T1 Tesco, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, das ist die erste Eigenschaft von einem Abstandsmaß. Könnt ihr euch noch andere Eigenschaften vorstellen, die so ein Abstandsmaß erfüllen muss? Ich mache mir das Maschinchen hier weg. Ich brauche ein bisschen Platz. Andere Eigenschaften, die ein Abstandsmaß erfüllen muss? Es gibt noch zwei weitere. Eine Dreiecksungleichung für mehr als zwei Punkte vielleicht. Der Kaffee-Liebhaber, sehr gut. Das ist die dritte Eigenschaft. Das ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Und die besagt. Genau, Martin hat es schon in den Chat hineingeschrieben. Der Abstand zweier Zahlen ist immer kleiner gleich als die Länge des Weges über einen dritten Punkt. Also angenommen, ich habe hier einen Punkt C noch. Ich könnte ja, wenn ich von A nach B will, erst zu C laufen und dann zu B. Dann habe ich so ein Dreieck. Der Weg über C ist aber in diesem Fall länger als der direkte Weg. Und sollte C jetzt hier direkt auf der Verbindungsstrecke liegen, dann ist, wenn ich von A nach C laufe und dann von C nach B, der Gesamtweg genauso lang wie der direkte Weg von A nach B. Das heißt, D, X, Y, der Abstand zwischen zwei Punkten ist immer kleiner gleich als die Summe der beiden Abstände, wenn ich über einen dritten Punkt laufe. Guck mal, wenn ich hier nicht hinter den Chat schreibe. So, ja. Ich habe jetzt hier unten A, B, C und da X, Y, Z. Spielt ja keine Rolle, ne? Also, ein Umweg über einen dritten Punkt ist in der Regel länger als der Abstand der beiden Punkte, manchmal aber auch gleich lang, wenn der Punkt direkt auf der Verbindungslinie liegt. Darkshund sagt Transitivität. Ja, man nennt es nicht Transitivität, weil Transitivität ist eine Eigenschaft von Relationen. Natürlich sind Funktionen auch eine Relation. Ja, nee, nee, es ist nicht in dem Sinne Transitivität, weil hier hat man ja eine Ungleichung. Transitivität besagt, wenn eine Relation für die Elemente A und B gilt, wenn A und B in Relation stehen und B und C in Relation stehen, dann steht auch A und C in Relation. Und hier haben wir ja eine Ungleichung, das heißt, das würde ich jetzt nicht mit Transitivität bezeichnen. Aber du hast schon recht, die Idee ist natürlich, ein Mittelelement zu haben, über das man rüberschreitet, ist bei beiden Situationen gleich. Martin Kuhnert hat es noch schöner formuliert, der direkte Weg ist nicht länger als der Umweg. Genau. Und vorhin hat schon jemand, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ah ja, genau, doch, Ziptut hat geschrieben, der Abstand zwischen x und y muss derselbe sein wie der zwischen y und x. Genau, das ist die Symmetrie. Der Abstand von x und y ist genauso groß wie der Abstand von y und x. Ob ich erst von A nach B laufe oder von B nach A, nicht erst, ob ich von A nach B laufe oder von B nach A, ganz egal. Der Abstand ist der gleiche. Terence Tesco sagt jetzt, das gilt doch sowieso immer was anderes, kann es doch gar nicht geben, Abstand zwischen x und y ist doch Äquivalent zu Abstand zwischen y und x. Ja, genau, weil es ein Abstand ist. Bei Abständen ist das immer so. Das ist die Definition von Metrik oder Abstandsmaß. Die Symmetrie muss erfüllt sein. Es sind aber auch Funktionen d von m kreuz m nach r denkbar, in denen die Symmetrie nicht erfüllt ist. Dann ist es aber halt keine Metrik. Okay, also wir haben Metrik definiert. Sehr schön. Metrik ist eine Funktion, die, dem man zwei Objekte gibt und eine reelle Zahl ausspuckt. Und diese reelle Zahl muss auf jeden Fall nicht negativ sein. Größer gleich 0. Und gleich 0 ist sie genau dann, wenn die beiden Objekte gleich sind. Symmetrie. Es ist egal, in welcher Reihen folge ich die Objekte in die Funktion hineinstopfe. Es kommt immer das Gleiche raus. Und die Dreiecksungleichung gilt. Ich formuliere es jetzt nochmal mit Abstand. Der Abstand zwischen zwei Punkten, jetzt in dem Fall, ist immer kleiner gleich als die beiden Abstände summiert über einen Weg, der über einen dritten Punkt z läuft. Ja, genau. So, das sind die Eigenschaften einer Metrik. Tiens Tesco, gibt es ein einfaches Konzept oder Ähnliches, was du aber immer wieder nachschlagen musst, um dir sicher zu gehen? Die Frage verstehe ich jetzt nicht, den Zusammenhang. Meinst du allgemein, ob ich irgendwas habe, was ich immer wieder nachschlagen muss, weil ich es vergesse? Da gibt es einiges, ja. Mach ich mir drüber Gedanken. Vielleicht habe ich nachher noch eine Idee, was ich immer nachschlagen muss. Machen wir jetzt nach der Metrikgeschichte. Okay. So, wir haben aber ja begonnen eigentlich, weil wir uns die französische Eisenbahnmetrik anschauen wollten. Entschuldigung. So, was ist denn die französische Eisenbahnmetrik? Also, wir haben ja oben, das hier war ja der Abstand in der Euclidischen Geometrie. Ich habe zwei Punkte und der Abstand ist die Länge der Verbindungsstrecke der beiden Punkte. In Frankreich, ich skizziere das mal so hier irgendwie, das soll Frankreich sein, ja, gibt es ein Eisenbahnnetz. So, und hier ist eine Stadt, die nennen wir mal A, und da ist eine Stadt, die nennen wir B. Und wir wollen den Abstand der beiden Städte haben, wenn man mit der Bahn fährt. Sondern jetzt ist es so, das ist eben nicht wie in der Euclidischen Geometrie. Der Abstand der beiden Punkte ist die Länge der Verbindungsstrecke, weil vielleicht gibt es keinen direkten Weg mit der Straßenbahn oder mit der Eisenbahn von A nach B. Okay, und warum heißt das jetzt französische Eisenbahnmetrik? Weil in Frankreich, insbesondere zu früheren Zeiten, die allermeisten Eisenbahnstrecken immer über Paris gingen. Paris, Frankreich war immer schon zentralistisch organisiert. Das heißt, ich muss erst mal nach Paris fahren und dann nach B. Und das ist mit allen möglichen Punkten in Frankreich so. Ja, die Strecken sind nicht ganz so gerade wahrscheinlich, aber mathematische Modellierung, wir dürfen das jetzt hier gerade machen. So, ist wie so ein Stern mit Paris in der Mitte. Okay, ja, was ist denn jetzt die französische Eisenbahnmetrik? Also wir haben hier Paris in der Mitte. Was ist denn der Abstand von, ah, jetzt endet hier schon wieder mal eine Folie. Was mache ich denn da? Skizzieren wir vielleicht nochmal auf einer zweiten Seite. So. Okay. Also ich mache mir Paris, äh, mache mir Frankreich ein bisschen kleiner. Das soll jetzt Frankreich sein. Hier habe ich Paris. Und da habe ich jetzt Geraden durchlaufen. So. Die alle durch Paris gehen. So. Ah, weil Paris keinen Platz hatte, endeten die Bahnhöfe alle am Rand von Paris. Man muss den Fuhrwerk und später Straßenbahn umsteigen, um in die andere Bahn zu kommen. Ah, interessant. Auch noch Schwierigkeit innerhalb von Paris. Aber das ist sozusagen in der französischen Eisenbahnmetrik nicht, ähm, ja, diskutiert, würde ich sagen. Ja, Meistertyp geht genau. Sehr gut. Der Abstand von D, A, B. Also wenn ich zwei Punkte habe, hier A und da B, der Abstand von D, A und B ist, ich schreibe es mal ein bisschen weiter runter, weil wir müssen eine Fallunterscheidung machen. Das kann ich schon mal verraten, ne? Der Abstand von D, der Abstand von A nach Paris plus der Abstand, oder warte mal, das schreibe ich gerade mal anders hin. Natürlich nicht der, also wir machen jetzt hier gerade den französische Eisenbahnmetrikabstand D. So. Das heißt, ich muss die Länge der Strecke A, P nehmen. Ja, das soll das mal jetzt bedeuten. Die Länge der Strecke A, P macht man oftmals in so Betragsstriche rein, ne? Plus die Länge der Strecke P, B. Das hat Meistertyp gerade vorgeschlagen. Genau. Eine Ausnahme brauchen wir. Was passiert denn, wenn ich von A nach C will? Krestomatie, sind das ja metrische Räume, weil es um Abstände geht? Sehr gut, genau. Ein Raum, in dem es ein Abstandsmaß gibt, eine Metrik, heißt metrischer Raum. Super. Großartig. Phil Conner, wenn P nicht zwischen A und B liegt, genau, das müssen wir prüfen. Genau, also wir müssen sozusagen unterscheiden, liegt A und C auf derselben Gerade, angenommen, die Geraden gehen alle durch P durch, so ein Stern, wenn A und C auf derselben Gerade sind, naja, dann brauche ich einfach den Abstand von A und C. Oder jetzt in unserem Fall hier oben, weil wir definieren den Abstand von A und B. Also es ist einfach die Länge der Strecke A und B, wenn A und B auf derselben Geraden liegen. Ja, wenn A und B auf derselben Geraden liegen, ist einfach der Abstand von A und B. Und wenn A und B nicht auf derselben Geraden liegen, muss ich über Paris fahren, ja, und dann ist es der Abstand von A nach Paris und plus der Abstand von Paris nach B. Okay, so, das ist die Eisenbahnmetrik. Ich mache mal die Beschriftung hier ein bisschen mehr synchron zu der Beschriftung, die wir in unserer Geometrieveranstaltung nehmen. Da sind Strecken immer mit einem Strich drüber. Das sind die Strecken und die Betragsstriche sind die Längen der Strecken, ja. Okay. Ist das eine Metrik? Also ich habe einfach behauptet, das ist französische Eisenbahnmetrik, aber ist das überhaupt eine? Ist das eine Metrik? Was müssen wir prüfen? Ja. Okay, Martin, wir können auch über Symmetrie noch diskutieren am Schluss, gerne. Martin, alle drei Eigenschaften prüfen, der Kaffeeliebhaber, natürlich die drei Eigenschaften. Genau, ja, lasst uns mal die drei Eigenschaften prüfen. Positive Definitheit war die eine Eigenschaft. Zeige ich nochmal hier. Erinnern wir uns nochmal? Positive Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung. Okay, das können wir uns merken. Positive Definitheit ist D, A, B immer größer gleich 0. Was meint ihr? Erfüllt, ja, genau, ist erfüllt. In beiden, wir müssen immer die Fallunterscheidung oben natürlich separat betrachten. Im ersten Fall geht es einfach um, also es ist einfach die Länge einer Strecke. Das ist die Länge einer Strecke hier. Und die ist immer nicht negativ, Entschuldigung. Und hier haben wir die Summe von zwei Strecken. Und das ist die Summe von zwei nicht negativen Zahlen, das ist nicht negativ. Okay. Ja, Christomatie, man sieht eine Linie, die Länge einer Linie, beziehungsweise eines Streckenzuges, müsste man sagen. Und die ist natürlich immer nicht negativ. Okay. Ja, aber ist es auch so, positive Definitheit hatte noch einen zweiten Aspekt. Ist denn die französische Eisenbahnmetrik immer gleich 0, genau dann, wenn die beiden Punkte gleich sind? Ja, sagt der Martin. Ja, ja. Genau, also, wenn die beiden Punkte gleich sind, welcher der beiden Fälle tritt dann ein? Der obere, ne? Die beiden Punkte liegen ja, also, wenn der Punkt A und der Punkt A liegen ja auf derselben Geraden. Also tritt der erste Fall ein. Und der Abstand von A nach A, also die Länge der Verbindungsstrecke von A und A ist 0. Okay. Andersrum genauso, ne? Wenn die Verbindungsstrecke der beiden Punkte, wenn die französische Eisenbahnmetrik 0 ist, dann darf die Eisenbahn ja nicht gefahren sein. Ne? Dann darf die keinen Millimeter gefahren sein. Und dann ist der Start und der Endpunkt eben der gleiche Punkt. Okay. Also, Eigenschaft 1, check. Ne? Ist gegeben. Okay. Eigenschaft 2. Eigenschaft 2. Symmetrie. Wenn ich von A nach B fahre, in der französischen Eisenbahnmetrik, ist das der gleiche Abstand, wie wenn ich von B nach A fahre. Korrekt wird hier geschrieben. Ja, auch müssen wir wieder beide Fälle unterscheiden, ne? Wenn A und B auf derselben Geraden liegen. Also, wenn A und B auf derselben Geraden liegen. Also, wir müssen zeigen, D, A, B ist gleich D, B, A. Fragezeichen. Ist das so? So, Fall 1. Die liegen beide auf derselben Geraden. Dann ist ja D, A, B der Abstand, die Länge der Verbindungsstrecke von A und B. Ist das gleich die Länge der Verbindungsstrecke von B, A? Ja, ne? Weil wir brauchen hier letzten Endes den euklidischen Abstand und der ist symmetrisch. Okay. Das war Fall 1 und Fall 2. Wenn die nicht auf derselben Strecke liegen, nicht auf derselben Geraden liegen, dann müssen wir prüfen, ist A, P plus P, B das gleiche, als würde ich andersrum fahren. B, P plus P, A. Ist das das gleiche? Ich fahre von A nach Paris, von Paris nach B und andersrum, von B nach Paris und von Paris nach A. Ja, genau. Phil hat es auch schon hier im Chat geschrieben. Ja, die Summe der euklidischen Abstände ist auch symmetrisch, daher erfüllt. Ja, ja. Okay, genau. Also, der Abstand von B nach B ist ja dasselbe wie der Abstand von, ne, der Abstand von, die Länge der Verbindungsstrecke von P und B ist derselbe wie die Verbindungsstrecke von B und P und diese beiden Verbindungsstrecken sind auch gleich. Also habe ich auf der linken Seite letzten Endes x plus y stehen und auf der rechten y plus x und weil die Addition in den reellen Zahlen kommutativ ist, gilt das auch. Okay. Sehr schön. Also Eigenschaft 2 ist auch erfüllt. Und jetzt kommt die Dreiecksunggleichung. Ist die erfüllt. Jetzt müssen wir einen dritten Punkt einführen, ne. Das mache ich jetzt nochmal größer, weil ich glaube, jetzt müssen wir uns ein paar Fälle überlegen. Wir machen es jetzt nicht systematisch bis zum Ende, ne. Aber ein paar Fälle können wir uns überlegen. Wir haben drei Punkte A, B, C. Was wäre denn da so ein Fall, den man jetzt untersuchen müsste? Genau, der dritte Punkt ist C, nicht P. Habe ich P gesagt? Sorry. Der Kaffeeliebhaber schlägt einen Fall vor. Die Punkte A, B und C liegen auf unterschiedlichen Geraden. Das wäre dein erster Fallsuntersuchung. Die liegen alle drei auf unterschiedlichen Geraden. Okay, das ist doch cool, ne. Nehmen wir mal diesen Fall. Also hier liegt A, da liegt B und da liegt C. So. Die Frage ist jetzt, ist, na, ich brauche mich das denn jetzt an. Na ja, gucken wir mal so. Also, ist D, A, B, der Abstand von A und B in der französischen Eisenbahnmetrik, kleiner gleich, als D, A, C, plus D, C, B. Na, wenn ich jetzt von A erst nach C reise und dann von C nach B. Ja, wie ist es denn? Der Abstand von A und B. Welcher der beiden Fälle tritt ein? Von der Definition der französischen Eisenbahnmetrik? Na ja, ich muss über Paris fahren, ne. Das heißt, die linke Seite ist ja die Länge der Verbindungsstrecke von A, B plus die Länge der Verbindungsstrecke von B. Entschuldigung, finde ich ja A, B, äh, äh, A, B plus die Länge der Verbindungsstrecke P, B. Das steht auf der linken Seite. Genau, einfach die Werte einsetzen oder Definition einsetzen, richtig? Ja, ja. Wie sieht es mit A und C aus? Genau das Gleiche, ne. Die liegen auch nicht auf derselben Gerade. Das heißt, hier muss ich auch erst mal über Paris fahren. Das ist also A, A, P plus P, C und dann muss ich hinten erst mal von C wieder nach Paris und dann von Paris nach B, ne. Weil auch C und B nicht auf derselben Geraden liegen. Ja, und da sieht man auch, ne. Hier, schaut mal. A, P plus P, B das steckt ja auch hier hinten drin. Und hier mittendrin bin ich halt umständlich erst mal von Paris nach C gefahren, um von C wieder nach Paris zu fahren. Das heißt, kann man ja oben auch mal visualisieren, ne. ich fahre also von A nach Paris und von Paris nach B, das ist der, die französische Eisenbahnmetrik der beiden, zu den beiden Punkten. Und der Abstand ist kleiner gleich, als wenn ich von A nach Paris fahre, dann von Paris, dann von Paris zu C hoch, von C wieder runter, um dann nach B zu fahren. Offensichtlich ist dieser Weg länger oder gleich lang, nämlich wenn C, obwohl, ne, wenn C nicht auf derselben Gerade liegt, ist es auf jeden Fall länger. Ja, ich würde vorschlagen, die anderen Fälle könnt ihr euch mal selbst überlegen und schauen, ob alle Fälle, je nachdem wie die Punkte liegen, alle drei liegen auf unterschiedlichen Geraden, alle drei liegen auf derselben Gerade, A und C liegt auf einer Gerade, B aber nicht, B und C liegen auf einer Gerade, A aber nicht, und so weiter und so weiter, da gibt es unterschiedliche Fälle, ob denn immer in allen Fällen die Dreiecksungleichung erfüllt ist. Wir haben auf Discord einen Aftershow-Kanal, in dem ihr das auch gemeinsam weiter diskutieren könnt, wenn ihr wollt. Also, ich verrate euch das Ergebnis, natürlich ist das immer so, denn das würde man ja nicht von französischer Eisenbahnmetrik sprechen, aber es macht schon Sinn, sich das zu überlegen, ob das wirklich für alle Fälle so ist, um auch zu verstehen, warum ist es so. Also,